Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill und unser Harry Mason ist hier, äh, ja, irgendwie schon wieder zurück. Mal wieder, oh, ich sehe gerade hier, dass in der Mitte auch wieder dieses Zeichen ist, dass wir ja irgendwie eigentlich aufhalten sollen. Aber okay, wir gehen mal hier wieder raus, wenn wir können. Wir sollen raus und ich habe keinen Plan, wohin. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht wieder total. Ich habe ein bisschen Angst rauszugehen, weil wir jetzt halt wieder in der Albtraumwelt sind. Na gut, mal gucken. Ähm, ja, ich rüste mich mal. Ach, ich lasse mal kurz die Pistole, wer weiß, was kommt. Ja, super. Steh auf. Hast du es kaputt gemacht? Okay. Ähm, ja, ich weiß überhaupt nicht, was hier kommt. Ach ja, wir haben jetzt unsere Axt. Kleine Handachs, mäßig wirksam, mäßig wirksam als Waffe. Notfallhammer, sehr effektiv im Kampf, aber schwer einzusetzen. Ja, das stimmt. Dann nehmen wir mal eben diese komische Axt. Mal gucken, wie lange die hält. Und dann müssen wir wieder so einen verbrauchen. Leider, und wir haben nur noch drei Stück. Jetzt wird es echt eng langsam. Das ist scheiße. Ich war so gut mit Vorräten und jetzt ist alles irgendwie so verbraucht. Ähm, wo soll ich denn jetzt wieder hin? Habe ich jetzt irgendwas schon wieder nicht eingesammelt? Vielleicht habe ich ja echt schon wieder irgendwas übersehen. Ich, bevor ich so doof bin und wieder irgendwas übersehen habe, gehe ich lieber nochmal gucken. Vielleicht ist ja hier irgendwie ein Hinweis jetzt. Weil man kann ja wieder zurück. So, Leute. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ein Hinweis, wo es als nächstes hingehen soll? Oder kann man hier einfach nur speichern? Man kann hier einfach nur speichern, oder? Hier liegt doch auch nichts auf dem Boden oder so. Nee. Und hier auf dem Tischchen war auch nichts, ne? Weil das von der Perspektive ja auch wieder schwer zu erkennen ist. Nö, nö, nö. Man soll einfach nur doof raus. Alles klar, laufen wir doof draußen rum. Ich hasse das halt nicht zu wissen, wo ich hin soll. Vielleicht wieder zurück in die... ins Krankenhaus? Weil wegen der Dahlia. Die meinte ja, wir sollen, äh, ja. Ach, ich laufe einfach mal geradeaus jetzt. Nein, lasst mich... Nein, sind das viele. Scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Lasst mich, lasst mich, lasst mich. Ich hab echt... Scheiße, alles zu. Kann mir dann mal bitte jemand sagen, was ich machen soll? Konnte man da hinten noch weiter geradeaus rennen? Ohne dass ich's weiß. Geht's hier weiter? Nö. Wo muss ich dann rein? Da vorne in den Spalten? Nein, 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 nein. Lauf. Immer in Bewegung bleiben. Bleib in Bewegung. Bleib in Beweg... Das ist nicht... Nein, das ist gar nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht, gar nicht, gar nicht... Gar nicht gut. Ähm... Scheiße. Ich bin schon wieder auf Arsch. Kacke. Kacke, 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 kacke. Lass mich, lass mich bitte nicht sterben. Steh auf. Und mach ihn platt. Okay. Es ist so furchtbar. Ähm... Ich glaub, ich bin richtig... Ja, ich bin sehr verletzt. Habe ich noch einen Verbandskasten? Ja. Das ist total scheiße. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Hier kommt gleich der nächste. Kann ich dich mit der Axt platt machen? Was ist hier? Da ist ein Loch. Äh, kann ich irgendwie rein? Okay. Schmuck gut. Weg hier, ey. Weg. Lieber weg. Ich glaub, ich bin richtig hier, weil... Hier waren wir definitiv noch nicht. Ja, lauf gegen die Säule. Ähm... Okay. Es war echt super, wenn ich hier irgendwelche Sachen finden würde. Nichts Ungewöhnliches. Aha. Ähm... Ja, hier muss ich jetzt aber irgendwas finden. Gott. Es ist voll groß hier. Okay. Ich kann hier hoch. Will ich da schon hoch? Ich möchte Munition finden. Ich möchte Medipack finden. Ich möchte irgendwas. Medipack? Als wäre ich hier bei Tomb Raider. Ähm... Ja, dann geh hoch. Ja, dann geh hoch. Ich möchte mich hier auf dem Bildschirm projiziert. Cheryl, wo könnte sie sein? Wie auf einmal sieht er hier auf seiner Tochter ein Bild ist auf dem Bildschirm projiziert. Bla bla, okay. Wollen wir nicht nach oben? Dann geh bitte nach oben. Oh, Leute. Oh, Leute. Überall diese Monster. Was kommt hier jetzt? Okay, wenn das so ein großes Vieh ist, dann nehme ich mal den hier lieber. Ich glaube, der ist effektiver. Was ist das? Oh. Nein. Oh, scheiße. Ähm, 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 no. Okay, das hat nichts gebracht. Ich glaube, ich wusste mich mal wieder mit dem hier aus. Besser ist mal. Ich habe zwar nicht mehr viel Mummi, aber ich glaube, es bringt sonst nicht viel. Ja, das ist ja schon mal gut. Oh. Ein Jagdgewehr. Ja, das tut mir gut. Nee, du stirbst mir hier weg. Wenn wir ein Jagdgewehr schon finden, sollten wir es vielleicht auch nehmen. Gut. Was? Was ist mit dem Ton? Boah, was ist los? Hier ist so ein ganz komisches Geräusch, deswegen habe ich einen Cut gemacht und schalte den Ton gerade mal aus und ich glaube, ich sterbe hier auch gleich, oder? Ja, dem geht es überhaupt nicht gut, das ist toll. Ich nehme mal so eine und rüste mich mal wieder mit der Schrotflinte aus, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich weiß nicht, was gerade mit dem Ton los ist, das ist echt ein bisschen blöd. Ja, den hätte ich jetzt gut schießen können, wenn ich denn Munition gehabt hätte noch. Dann nimmst du die, das andere bleibt mir ja nicht übrig. Okay. Gut. Gut. Okay, okay, okay. Hat auch wieder nicht geklappt. Und das auch nicht. Muss halt seinen Kopf mal treffen. Aber er ist auch zu lahm, er ist einfach zu lahm. Kann man nicht anders sagen. Das war ganz gut. Ich hole dann schon immer die Waffe raus, aber er schießt dann auch nicht, weil er sich so erschreckt. ja, ja, du bist ein Loser, Harry. War klar. War klar. Vier Schuss, die ich getroffen habe. Komm, wo kommst du? Ja. Ja, ja, ja. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ach, hm. Komm schon. Blöder Wurm. Ja, ja, ist gut. Ja, ist gut. Ist okay. Komm, nimm. Hey. Hey. Dieser Wurm ist echt blöd. Keine Frage. Ja. Wird wieder getroffen, weißt du? Na, endlich. Scheiß Wurm. War es jetzt noch einer, oder was? Was? Okay, wir haben es geschafft. Ähm, das Problem ist, dass das Ton, dass der Sirt-Ton immer noch da ist. Ich hoffe, man hört das hinterher nicht, weil ich halt den Ton ausmachen werde hier. Ähm, ja, wir haben gegen den Riesen-Wurm gekämpft und anscheinend können wir jetzt hier raus oder so. Wäre schön, wenn ich speichern könnte, weil dann, ähm, mache ich mal kurz die Konsole an und aus. Kann am heißen Mischpult liegen, kann am HD-PVR-Gerät liegen. Ich weiß nicht, woher dieser schreckliche Sirt-Ton kommt. Oh, er hört auf. Ja. Nee, ist klar. Nicht, dass ich gerade... Nicht, dass ich gerade gegen einen riesen, fetten Wurm gekämpft habe, ne? Ist okay. Geht's direkt wieder los. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich doch den Ton angehabt habe gerade eben, weil ich nehme es ja gerade auf. Ich weiß nicht, wie ich es hinterher mache. Was mache ich jetzt? Wo laufe ich jetzt hin? Bin irgendwie ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das ist normal halt. Aber das Problem ist, wie lange soll ich bitte noch aushalten ohne Munition? Wie lange soll das hier noch weitergehen? Ohne, dass ich was tun kann. Ich laufe mal einfach weiter und weiter und weiter und weiter. Ja, natürlich kommen hier auch neue Viecher wieder. Lass mich. Ich laufe hier mal lang. Kann ich hier irgendwie rein? Die kommen mir doch alle hinterher. Oh, die scheiß Viecher. Ja, nein. Ich kann nicht. Nein! Oh, das ist so unfair. Wie soll ich das denn schaffen? Und dann muss ich gegen den Wurm auch nochmal kämpfen, oder was? Oh, ich hab keinen Bock mehr. Und ich weiß nicht, wohin, Leute. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Okay, ich geh da vorne jetzt nicht links. Lasst mich irgendwo. Ja, und noch einen Hund und diverse andere Tiere. Fickt euch mal. Entschuldigung, aber ey. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Es reicht mir mit euch. Lass mich doch mal in Ruhe. Geht mir doch nicht auf den Keks. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinrenne. Oh, ich bin ein bisschen weit, ne? Ähm, ich glaube, ich hätte da vorne irgendwie abgehen müssen. Ja, haut ruhig drauf. Ist mir jetzt auch egal. Ich lauf hier mal zurück. Scheiße, noch mehr Flugviecher. Ja, voll viele. Da vorne müsste es schon sein. Wenn ich halt zur Schule zurückkann soll. Ja, geh da bitte rein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Lasst mich. Nein. Manu, lasst mich doch mal in Ruhe alle. Es ist so schrecklich. Ja, es... Ich sterb hier gleich. Drei Hunde. Kann mir mal jemand sagen, wie man das schaffen soll? Mit dem Scheiß hier. Echt. Lauf da jetzt rein. Geh in die Schule. Geh da jetzt rein. Ey. Oh. So. Ruhe im Karton, ey. Blöd. Echt blöd. Harry. Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait. I just remembered something. There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. There's an underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. How about coming with me? This may not be the safest place in the world, either. I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Harry? Oh, die Arme, die tut mir so leid. Echt, also, es muss schrecklich für die sein hier. Ich möchte da gerne trotzdem nochmal durch, damit ich endlich mal scheichern kann. Und ich bin froh, dass es nicht irgendwie an meinen Geräten liegt. Das war wohl irgendwie eine defekte Stelle auf der alten CD oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's ja jetzt wieder. Das Schloss klemmt. Dann muss ich hier wohl irgendwie anders nochmal rüber. Oh, hier. Ist Lisa denn da jetzt noch drinne? Nee, das ist ja die andere Seite. Das Schloss klemmt auf einmal, ne? Da, wo sie hier drin ist. Nee. Hä? Aber ich muss doch hier irgendwie durch, damit ich da... Bin ich doof? Oh, ich bin schon... Nee, warte mal. Ich muss doch speichern dürfen können, oder? War beim Directors Office auch noch ein Speicher? Aber beim Office doch auch. Aber von außen komme ich da ja nicht ran. Ich muss ja in die Rezeption rein können. Ich bin gerade irgendwie irritiert. Ich darf hier nicht mal speichern, nachdem ich mit einem Wurm hier gekämpft habe und einem Schipafel. Wie blöd ist das denn? Das finde ich jetzt schon ein bisschen gemein. Komme ich von hier ran? Ach, ich komme von hier auch ran. Okay. Alles klar. Dann bin ich ja beruhigt. Dann überspeichern wir das mal. Und ich würde sagen, wir gehen dann wieder raus in die Hölle mit meiner viel zu mickrigen Munition mittlerweile. Und viel zu wenig sein. Ich habe nur noch drei von diesen Dingern. Verbandskassen verbraucht. Ampullen habe ich verbraucht. Glaube ich alle. Ja, ich habe keine Munition mehr für die wichtigen Sachen. Nur noch ein bisschen für Pistole. Ja. Und das war es dann auch. Dann werde ich wohl immer vor den Monstern weglaufen müssen. Weil das habe ich nicht alles so gut hingekriegt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich bin trotzdem natürlich noch gespannt, was passiert. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann.